So, dann kann ich ja ganz entspannt jetzt mal weiterquatschen und zwar sind wir nicht verklagt worden von Westfalia, denn das Video hat für sehr, sehr viel Aufruhr gesorgt in den Weiten des Internets. Wir hatten glaube ich irgendwie so 350.000 Views bei YouTube, als ich das letzte Mal drauf geschaut hatte und ich glaube bei Facebook haben wir das Video auch hochgeladen, da waren es auch nochmal über 300.000 oder 400.000, ich weiß es nicht. Wir haben glaube ich auch ein Screenshot davon und da seht ihr nochmal, was so alles passieren kann, wenn das Foto jetzt auch richtig gesized ist. Genau, da ist diese Causa Westfalia, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, weil gleich vorweg, es war ja kein Bashing von Westfalia. Es ging mir nicht darum, dieses Produkt schlecht zu machen, sondern ganz konstruktiv auf die Gefahren hinzuweisen, die man bei einer Fehlbedienung hat. Und die Gefahr, hier sieht man im Bild, wenn der Anhänger oder der Wohnwagen oder was auch immer oder der Fahrradträger auf einmal ein neues Leben anfängt ohne das Zugfahrzeug. Das ist nicht so geil. In dem Fall war es also so, dass wir da einen Fall im Umfeld hatten, wo ein Auto ausgeliehen worden war, weil das andere Auto in der Werkstatt war. Und dann hieß es, ja alles klar, kannst du fahren, wir haben neulich noch Wohnwagen und so weiter, alles gut, alles passt. Und dann ist aber während der Fahrt die Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug abgefallen. Und da habe ich das erklärt, ihr müsst nochmal dieses Video gucken, wenn euch das Thema interessiert. Und vor allen Dingen müsst ihr es auch richtig gucken. Denn das Problem, wie so oft im Internet heutzutage, jeder hat eine Meinung, wenige davon haben eine Ahnung und es wird einfach mal in die Tasten rausgeballert, ohne sich überhaupt das Video vielleicht anzugucken. Ich muss davon ausgehen, denn es gab natürlich jede Menge Kommentare. Ich habe auch noch so einen Batzen Mails auf Insta, teilweise auch auf Facebook, aber da weniger bekommen, von vielen Leuten, denen das genauso oder ähnlich passiert ist. Teilweise auch mit blöden Folgen. Einer hat zum Beispiel geschrieben, er hatte seinen Fahrradträger drauf und dann hat die Kupplung da auch nicht richtig verriegelt. Er hat das geprüft oder wollte das prüfen und die ist ihm dann aufs Gesicht gefallen, Platzwunde, hat Aua getan. Und was mich auch ein bisschen abgetört hat, war wieder so dieses Draufhauen auf uns, die wir das Video gemacht haben nach dem Motto, ihr seid sensationsgeil und ihr wollt jetzt Kasse machen mit so einem Video und den Hersteller da in den Schmutz ziehen, Rufschädigung und so weiter. Und ihr werdet verklagt werden. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Motivation, sondern meine Motivation war wirklich hier Aufklärung zu schaffen. Denn, ich habe das ja auch in dem Video schon gesagt, ich bin wirklich auch unterwegs gewesen, habe mit Leuten gesprochen oder auch mal an Autos drangeguckt und da steckte der Schlüssel noch. Oder einer hat auch geschrieben, er fährt seit zwei Jahren mit seinem Auto rum, da passt gar kein Schlüssel rein. Und da hat er auch ein Video, ein Foto gepostet und da war der Fall nämlich, dass da der Schließzylinder komplett weg war. Und ich vermute, dass da auch der ein oder andere Fachmann vielleicht sogar vom Hersteller kommentiert hat. Unter Facebook gab es da auch eine Diskussion, da war zumindest Kompetenz am Start. Ja, und das Thema wollte ich nochmal abschließend bringen, dass es mir darum geht, dass man da Aufklärung schafft. Und Westfalia hat sich auch geäußert auf Instagram, meine ich. Den Kommentar können wir ja gerade mal einblenden. Und auch Westfalia hat das natürlich verstanden, dass es mir darum nicht ging, irgendwie was falsch darzustellen, sondern wirklich die Fehlbedienung darauf hinzuweisen, die Möglichkeit einer Fehlbedienung. Und gleichwohl habe ich natürlich aber auch gesagt, mit einem konstruktiven Hinweis, warum man da nicht zum Beispiel an diesem Schlüssel einen Anhänger platziert, wie in der Luftfahrt, von wegen Remove Before Flight oder hier Schlüssel ab, sonst nicht fahren, Gefahr oder was weiß ich. Weil natürlich ist es wie immer so, die Leute schreiben dann auch, ja, wer zu doof ist, der muss für seine Dummheit bestraft werden. Das ist völliger Bullshit, weil wenn jemand zu blöd ist oder er hat es einfach nicht drauf oder hat die Anleitung nicht gelesen, ist es natürlich fahrlässig und sollte nichts passieren. Aber es gibt ja diese Fälle, die ich ja auch beschrieben hatte, in dem Fall war es ja so und es gibt auch Fälle, die kommentiert worden sind, wo tatsächlich die Werkstätten oder der Händler das falsch erklärt hat. So, und da möchte ich euch mal sehen, wenn ihr zu einem Händler oder Werkstattansprechpartner eures Vertrauens geht und ihr bekommt eine Einweisung, dann hinterfragt ihr das doch nicht automatisch und sagt, naja, das ist bestimmt alles falsch, ich lese mir jetzt trotzdem die Anleitung durch. Also da, finde ich, ist ein bisschen weit gegriffen und ich habe auch teilweise gedacht, wir sind da auf dem Affenfelsen, weil jeder natürlich dann auch, nicht jeder, aber viele natürlich schreiben und sich dann brüsten, wie geil sie doch sind, dass sie alle doof sind, weil sie haben ja die Anleitung gelesen, können das alles besser. Klar, es ist auch schön, dass sie das alles besser können und so ist sie auch richtig, wenn man es richtig macht. Aber es gibt eben den menschlichen Faktor draußen, Leute, die eben fahrlässig agieren oder aus Unkenntnis und, 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 und. Und wenn diese Leute auch jetzt wissen, Achtung, wenn der rote Schlüssel da noch steckt, dann solltest du nicht fahren. Und die haben sich ja auch zahlreich bedankt oder haben auch viele geschrieben, könnt ihr auch nachlesen, weil es haben auch Leute geschrieben, diese Fälle treten nicht auf, das wäre halt konstruiert von uns für Clickbait, bla, bla, bla. Aber diese Fälle sind in den Kommentaren. Da gibt es, ich weiß nicht, also ich habe bestimmt 30 Mails gekriegt, auch mit Fotos teilweise. Die Leute wollten sich dann nicht in der Öffentlichkeit so ein bisschen da outen, weil es denen auch super peinlich war. Und in der Regel ist Gott sei Dank nichts passiert. Das muss man ja wirklich sagen. So, und wie gesagt, meine Message war einfach, guckt nochmal drauf. Und auch, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht in dem Video oder eine missverständliche Äußerung. Ich habe nämlich gesagt, es gibt immer diese Diskussion, wenn der Anhänger nicht bewegt wird oder das Ding wird nicht genutzt, dann muss die Anhängerkupplung abmontiert werden. Und da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Natürlich, mit einer Ausnahme, wenn natürlich Kennzeichen oder Beleuchtungseinrichtungen verdeckt werden, dann schon. Habe ich nicht nochmal extra darauf hingewiesen. Aber es gab auch da eine Masse an Diskussionen von wegen, ja, wenn du den Schweinehaken da dran lässt und es fährt dir einer auf, dann kriegst du Teilschuld wegen Schadensminderungspflicht. Und dann schüttel ich auch echt nur mit dem Kopf, weil ich habe Juristen in meinem Umfeld, mit denen hatte ich mich auch zuvor noch beraten. Dann gibt es auch, ich hatte mit drei Versicherungen Kontakt, mit Allianz, mit der HUC und ich glaube mit der VHV. Die haben ja bestätigt, dass das nicht so ist. Und ich hatte auch nochmal auf den ADAC verwiesen, die haben auch schon mal ein Video dazu gemacht, dass das eben nicht der Fall ist. Es gibt keine Urteile, die irgendwo aktenkundlich sind, wo jemand verurteilt wurde oder dem eine Teilschuld zugesprochen wurde. Denn es geht darum, die Anhängerkupplung ist abgenommen, die kann im Straßenverkehr, kann das Auto so in Betrieb genommen werden. Es besteht keine erhöhte Gefährdung durch diese Anhängerkupplung. Und damit seid ihr eigentlich frei, die Anhängerkupplung auch dran zu lassen, wenn ihr sie nicht nutzt. Wenn jetzt dieser konstruierte Fall, wie gesagt, ich bezweifle tatsächlich teilweise, dass es diese Fälle wirklich gibt, weil das kam ja öfter vor. Und dann, ja, ich kenne aber einen und so weiter. Aber ich habe dann auch teilweise die Leute angeschrieben oder nachgefragt. Ja, hast du ein Aktenzeichen oder irgendwas? Da kam dann nichts mehr. Und was natürlich sein könnte, dass eine Versicherung jetzt versucht, quasi die Schadensregulierung zu bemindern. Aber der Versuch ist ja nicht strafbar. Aber vor Gericht dürfte das keinen Bestand haben. Das war wirklich so die Aussage von allen Leuten, die da wirklich auch fachlich dabei sind. Und ja, vielleicht wäre das ja was für die Kollegen nochmal hier von, wie heißt der eine Kollege, Herr Anwalt oder hier der Solmecke oder so. Also, weil scheinbar ist es ja, weiß ja auch jeder Bescheid und jeder weiß es besser. Und entsprechend müsstest du natürlich dann auch hingehen, wenn du dieser Logik folgen willst, dass du beispielsweise einen Dachgepäckträger abmontierst, wenn du ihn nicht brauchst. Weil der gehört ja auch nicht so zum Fahrzeug, ne? Und, und, und. Also, großes Thema. Ich hätte mir in den Kommentaren teilweise aber ein bisschen weniger Macho-Gehabe und Rechthaberei als einfach konstruktiven Umgang mit diesem Thema gewünscht. Und noch last but not least, dann hieß es auch, ja, das Seil gehört ja immer ans Fahrzeug oder an die Kupplung und nicht um den Kupplungskopf. Das ist natürlich genau bei einer abnehmbaren Anhängerkupplung richtig. Tatsächlich ist es aber, soweit ich weiß, in Deutschland gar nicht explizit so geregelt bei einer abnehmbaren. Die Schweizer sagen das zum Beispiel, aber da gibt es halt vom Schweizer ADAC-Pendant, gibt es so ein PDF oder halt so eine Abhandlung. Und auch die haben sich dann letztendlich vertan, weil die haben dann so ein Bild, glaube ich, gezeigt von einer abnehmbaren Anhängerkupplung, die diese Öse hatte. Und das habe ich zum Beispiel hier mal neulich gefunden beim Spaziergang, stand eine V-Klasse am Wegesrand oder am Parkplatz. Und da gucke ich natürlich, ich bin mittlerweile so geschärft, ihr wahrscheinlich jetzt auch, wenn du so eine Westfalia-Kupplung oder eine Oris-Kupplung oder sowas, die funktionieren ja oft ähnlich, siehst, steckt der Schlüssel noch dran. Und hier bei dieser Kupplung, die man gerade im Bild sieht, ist eben auch, die ist abnehmbar, aber die hat diese Öse. Und wenn du jetzt ein normaler Anwender bist und du hast dein Abreißseil mit Karabinerhaken, dann denkst du ja, der Haken kommt da rein. Aber genau so ist es ja eigentlich falsch. Bei meinem Tesla ist diese Öse nicht mehr da. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, das ist eine vermeidbare oder eine Risikovermeidung für Fehlbedienung. Und wie gesagt, auch in der Luftfahrt, wer sich mal mit Luftfahrt beschäftigt, da gibt es viele schwere Unfälle, obwohl da das Bildungsniveau oder das Ausbildungsniveau und der Skill-Level der Leute im Allgemeinen ja als recht hoch einzustufen ist. Trotzdem passieren da auch ganz dumme Fehler und das bezeichne ich einfach als menschlichen Faktor. Und deswegen gibt es halt diese Remove-Before-Flight-Tags, weil natürlich weiß der Pilot auch in seiner Checkliste, okay, du musst die Bremskeile abnehmen, bevor du losrollen willst oder, oder, oder. Von daher ein bisschen mehr Entspanntheit in der Diskussion, ein bisschen mehr konstruktiv, spread the word. Und ja, vielleicht sehen wir von Westfalia doch nochmal irgendwo so einen Schlüsselanhänger. Ganz einfach, 20 Zentimeter lang, der hängt auf dem Boden, da dürften dann die wenigsten Leute noch mit rumfahren. Dann wird es dann irgendwann grenzwertig. So, ja, Thema Anhänger, wer mir auf Insta folgt, Insta läuft übrigens gerade live auch mit, wer mir auf Insta folgt hat gesehen, ich habe einen neuen Anhänger für unseren Fuhrpark, nämlich von Unsinn, der zwar so heißt, aber tatsächlich Sinn macht, nämlich ein Multi-Anhänger, wo man Bordwände hat, wo man Motorräder drauf packen kann und, 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 Maschinen. Werde ich euch noch zu gegebener Zeit vorstellen. Und damit ist das Thema Anhänger aber noch nicht abgeschlossen, weil ich werde demnächst nochmal ein How-To oder viele Mythen aufgreifen, um das Thema Anhänger mal so ein bisschen nochmal zu bespielen. So, dann kurz vorab, wir haben heute, ja, heute sind wir, haben wir Spendierhosen an, beziehungsweise unsere Kooperationspartner. Hier, letzter Expert-Talk mit Michael kam wieder sehr gut an. Ich liebe wirklich eure Kommentare, obwohl ich die letzten Tage auch im Urlaub war und da nur mal sporadisch lesen konnte. Ihr habt aber eventuell dann auch auf Insta gesehen, ich habe mir eines der geilsten Gadgets angeschafft der letzten Zeit, nämlich ein Starlink. Das ist so Satelliten-Internet. Ich habe viele Anfragen bekommen, ob das was taugt. Ich war in Italien, ich war in Österreich, natürlich auch in Deutschland. Ich hatte immer mega geiles Internet, Download 100 bis 200 Mbit, Upload 10 bis 30 Mbit. Damit konnte ich auch wirklich arbeiten, weil wenn ich wegfahre, bin ich eigentlich auch immer im Dienst und brauche aber schnelles Internet. Und ja, wenn euch Starlink interessiert, müsst ihr mal googeln. Ich habe es mir bestellt, weil ich dachte vorher, das wäre relativ teuer, aber unterm Strich kommt es bei mir günstiger raus als über die Telekom. So, ja, dann war ich nur eine Woche in Italien, weil es da war so schweineheiß. 37 Grad, ordentlich angenehme Luftfeuchte von was weiß ich, gefühlt 100%. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Österreich gedüst. Da war es dann ein bisschen angenehmer. Zwischenzeitlich habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht über das Format Werkzeug ABC. Das ist so ein bisschen stiefmütterlich, nicht weil wir da keinen Bock drauf hätten, sondern weil es mal wieder ein Projekt ist, was ich so ein bisschen unterschätzt habe mit meinem Anspruch, das Ganze auch ordentlich zu behandeln. Und ich sitze diese Woche dran in der Vorbereitung für ein Special über Drehmomentschlüssel. Das bekommt ihr aber erst, wenn es planmäßig läuft, nächste Woche. Diese Woche wird es kein Video mehr geben, weil wir einfach komplett in der Unterbesetzung hier sind, urlaubstechnisch. Aber ich habe mir hier was besorgt, hatte ich euch auch schon auf Insta gezeigt. Drehmoment, Prüf- oder Kalibrierwerkzeuge, in diesem Fall hier von HZ. Die Dinger sind sehr schön. Man kann nämlich hier sehen, wie viel Drehmoment wirklich auf der Uhr sind und auf der Skala. Ich werde euch, wie gesagt, alles mögliche über Drehmomentschlüssel erzählen. Ihr könnt ja mal unter das Video auch schreiben, ob ihr irgendwelche speziellen Fragen habt. Aber es gibt so viele Falschinformationen zu diesem Thema, dass ich mich natürlich motiviert fühle, da mal wirklich Deep Dive zu machen. Ja, also ich habe jetzt schon ein paar Stunden mich mit dem Thema befasst und eigentlich dachte ich ja, ich wüsste Bescheid. Also ich hätte jetzt einfach so als Stand-up ein Video darüber machen können. Aber genau wenn du dich nochmal ins Detail oder im Detail damit befasst, dann kommen ja so diese Fragen auf Moment mal. Wofür ist denn hier zum Beispiel diese Verbindung hier oder soll man Drehmomentschlüssel entspannen, wenn man sie nicht benutzt oder kann man da eine Verlängerung benutzen? Also ich habe schon Bock drauf auf das Video, aber ich will euch auch mal so ein paar praktische Sachen zeigen. So, das zum Thema dazu. Dann, ich hatte Spendierhosen gesagt, denn genau, Expert-Talk mit Michael. Wir sind gerade schon in der Planung für den nächsten Expert-Talk, weil der Expert-Talk war mal wieder typisch. Wir haben anmoderiert, dass wir so über Bohrhemmer, dann den GFA-12H, da sind wir auch nochmal drauf eingegangen. Da gab es zum Beispiel auch einen Seitenhieb von irgendeinem, der nach dem Motto meinte, ja, jetzt, wo du da mit Bosch die Kooperation hast in diesem Video, da findest du den auf einmal toll. Ich finde den nach wie vor nicht so toll. Ich habe es auch nicht gesagt im Video, aber ich habe natürlich Bosch bzw. Michael oder umgekehrt Michael für Bosch die Möglichkeit gegeben, da auch nochmal selber Stellung drauf zu nehmen, Stellung zu beziehen. Aber ich werde mit dem Gerät nicht so warm. Nun bin ich aber nicht auch nur im Bosch-System, das ist ja der Vorteil. Und ja, das zu dem Thema dazu. Und dann wollten wir eigentlich noch über Drehschlagschrauber reden. Aber wie lange ging der Dreh? Warst du da? Weiß ich. Fünf Stunden? Du warst schon wieder weg. Also, ja, also sechs bis acht Stunden drehen wir hier. Und da raucht echt so die Rübe. Und das Video war netto. 1,45. Das ist irgendwie dann schon grenzwertig. Und dann sage ich auch, nee, ich bin echt jetzt leer. Weil sechs Stunden vor der Kamera ist für beide, also auch der Michael natürlich, kein leichtes Brett. Und das Video wäre dann ja auch so lange geworden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die Drehschlagschrauber wieder entspannt machen. Frisch ausgeschlafen. Das heißt, das ist der Content in dem nächsten Video. Aber es freut mich, wie gesagt, dass ihr das Format so schön findet. Und ein Expert Talk, da wird es demnächst auch noch ein paar geben. Das ist ja auch so eine Sache hinter den Kulissen. Man steht ja nicht nur hier vor der Kamera. Man ist unheimlich viel auch mit den Kooperationspartnern zugange. Abstimmung, Calls. Redaktionell muss man das vorbereiten. Ich recherchiere viel und so weiter. Und am 11. August, meine ich, bin ich jetzt tatsächlich bei Kniepex und mache die Factory-Tour. Das hat lange gedauert. Es lag nicht an uns, sondern an Abstimmungsmodalitäten innerhalb dieser Organisation dort. Und ihr glaubt nicht, was da teilweise los ist. Wenn es heißt, Bauform24 kommt vorbei, dann ist, no joke, teilweise sogar der Betriebsrat auf einmal auf dem Trapez. Und sagt irgendwie, ja, werden denn da Mitarbeiter irgendwie Persönlichkeitsrechte und so weiter. Und je größer die Organisation ist, desto langwierer ist das manchmal. Deswegen, sorry dafür, dass es so lange gedauert hat, aber es ist so, wie es ist. Und, das heißt, wenn wir im 11. August drehen, dann je nach Abstimmung rechnen wir mal so im September mit dem Video. Und da freue ich mich halt ganz besonders drauf, weil ich bin wirklich heiß wie Frittenfett, das wirklich zu sehen. Gerade wenn man dabei ist, wie Sachen gefertigt werden. So dieser Blick hinter den Vorhang finde ich immer wieder super interessant. Und Blick hinter den Vorhang hatte ich auch neulich, als ich bei Vihar war im schönen Schwarzwald. Sehr interessant. Ich habe tatsächlich Vihar so ein bisschen, naja, unterschätze ich nicht sagen, aber es ist ja immer interessant. Du hast die Werkzeuge, die Tools und findest die gut oder haben wir euch öfter schon gezeigt. Aber du hast kein Gesicht zu dieser Firma. Also du hast diesen Spirit nicht irgendwo, weil du weißt nicht, wer steckt dahinter. Das ist halt relativ anonym. Und das war mal ganz interessant, sich auch mit der Geschäftsleitung da zu unterhalten. Das war echt sehr ausschlussreich. Und dann hatte ich euch neulich ein Reel bei Insta gezeigt, wo ich auf die teutonische Art Spaghetti esse. Mit Löffel und Gabel. Natürlich nicht, weil ich das immer so mache, sondern weil ich dieses schöne Toolset von Vihar geschenkt bekommen hatte. Und danach ist mein Postfach explodiert, weil ihr das alles, also nicht alle, aber doch viele das kaufen wollten. Oder sagen, wo gibt's das? Das ist aber Handarbeit. Ich fände es cool, sowas mal zu machen. Aber wie so oft ist es dann vielleicht so, wenn das Ding nachher noch 150 Euro kostet, weil es einfach so teuer ist, vielleicht ist es auch noch teuer, wenn es Handarbeit ist, ich weiß es nicht. Dann sagen alle, okay, schönen Gruß, danke dafür. Jetzt will ich es doch nicht mehr haben. Also von daher, der Ton ist glasklar. Zwischendurch höre ich immer ein komisches Ploppen. Also bei Ton, Bild und so, das ist ja öfter so, dass ihr im Chat mal seid, ja, bei mir ist das Bild irgendwo und da ist was. Wenn das nicht alle haben, dann ist es in der Regel immer auf eurer Seite. Da noch ein Hinweis, als ich im Urlaub war, habe ich ein, das letzte Mysterybox-Video oder das davor, da war am Ende ein Renderfehler. Aber der Renderfehler war nicht bei uns. Ich habe einen Schreck gekriegt, sondern der war bei YouTube. Also beim Upload, das ist schon mal passiert. Und ja, das konnte ich dann leider nicht mehr ändern, weil ich war im Urlaub. Und hier war auch Bude leer, weil wie gesagt, Marco ist seit, du bist seit dieser Woche wieder da. So, und kleines Update, ab nächster Woche ist ja schon August und da bekommen wir einen Neuzugang in der Firma. Zu gegebener Zeit werden wir noch drauf eingehen. Und vorab guckt man die Beschreibung, weil es ist ja Sommer und es ist zwar gerade bei uns relativ beschissenes Wetter, aber ich habe mir gedacht, Sommerzeit ist ja Summer Sale, Neudeutsch. Und wir hauen noch mal auf alle Shirts in unserer Kollektion 20% drauf für eine Woche ab heute. Also Freitag bis 23.59 Uhr. Rabattcode ist in alter Menier Rabattcode. Sehr kreativ. Ich wollte wissen, welche Kamera du verwendest. Welche Kamera? Also wir haben ja verschiedene Kameras. Wir haben hier professionelle Camcorder im Studio. Drei Stück. Noch ein Action Cam. Dann habe ich mittlerweile, weiß nicht, wir haben gefühlt zehn GoPros. Alle, alle Variationen im Prinzip eigentlich so halb immer scheiße, weil werden irgendwann mal zu warm, stürzen ab und so. Und ich hatte neulich, habe ich mir eine DJI Action 3 gekauft und bin damit bislang sehr zufrieden, bis auf so ein paar Kleinigkeiten und habe damit auch schon einen Messerundgang gedreht. Ja. So, dann Messerundgang, genau. Da war auch das Thema mit Lamello. Da habe ich ein Reel gemacht mit Lamello, mit dem Invis-System. Das Ding hat gerade mal die 10 Millionen Views geknackt. Das fand ich schon krass. So, dann kannst du mal eine Hilti-Werksbesichtigung machen. Also ich würde sagen, ich bin für vieles offen. Gibt wenigstens, wo ich sage, nee, da habe ich, also ich muss ja zumindest selber auch Interesse haben. Und das sind ja bezahlte Kooperationen, weil ich kriege auch viele Anfragen immer, ey, fahr mal nach Schweden, da ist eine Fabrik, die machen das und das oder du musst unbedingt mal da und da. Ja, das ist aber im Rahmen, der ist normalen Aufwand, ist eigentlich nicht handelbar. Und weil, da käme ich ja gar nicht mehr hier was zu drehen, sondern das ist halt sehr viel Aufwand. Das machen wir im Rahmen bezahlter Kooperationen. Ich sage, wie es ist, ohne muss nichts los. Und wenn die Bereitschaft ist, bei diesen Firmen zu sagen, okay, wir packen mal ein bisschen Budget da rein. Und ich halte das nach wie vor für eine exzellente, eine optimale Möglichkeit, auch für die Kooperationspartner. Und die, die es mit uns machen, machen sie auch regelmäßig. Also muss es irgendwas dafür haben. Und dann bin ich eigentlich offen. Ich will noch nicht sagen, mit wem wir sonst noch alle so Sachen machen, aber da kommen noch ein paar interessante Geschichten. Ich bin auch noch mal im Thema Akkuschrauber unterwegs. Auch da, also eigentlich wollte ich es relativ kurz halten, aber jetzt wird es wieder so lang, weil es gibt doch ein paar Sachen zu erzählen. Und zwar Thema Akkuschrauber, da habt ihr oft nachgefragt, ja kommt der denn noch? Man hört gar nichts mehr, weil ursprünglich war der Fahrplan mal, dass wir den zum Weihnachtsgeschäft 2023 bringen mit einem renommierten Partner zusammen. Und durch Corona, tralala und so weiter hat sich das alles ein bisschen verzögert, sodass jetzt der Termin auf im Prinzip Vatertag 2024, das heißt im Mai, wäre natürlich passend zu dem Scholzkopf-Event mit Locke. Und genau, und die ganzen Steps haben sich natürlich ein bisschen jetzt verzogen, verschoben. Ich werde aber im November, meine ich, Oktober oder November, ist noch nicht fix, bei Röhm sein, weil die machen das Bohrfutter für unseren Akkuschrauber. Und die machen extra ein Bohrfutter, was extra für unseren Akkuschrauber ist, weil der so viel Power hat, dass es da bisher nichts gab. So, jetzt habt ihr wieder so ein bisschen so ein Bröckchen. Preispunkt wird auch sehr attraktiv. Es gibt auch aus dem Nähkästchen, es gibt und gab heftige Diskussionen mit dem Kooperationspartner, dass der sagt, okay, wir können die Funktion, die du noch haben willst, können wir nicht bringen, weil dann kriegen wir den Preispunkt nicht im VK. Und ich bestehe aber eigentlich auf viele Features, die ich da haben will und die auch realisierbar sind. Aber es ist natürlich oft eine Sache von Geld. Und ich sage mal, wenn du irgendwo einen Dollar in der Produktion mehr ausgibst, dann multipliziert sich der Faktor natürlich, bis das Ding beim Kunden ist. Und da ist natürlich auch Kleinvieh, macht dann auch Mist. Und ich habe mich dafür ausgesprochen, dass wir dieses Set nicht mit Ladegerät bringen, um dann Features noch reinzupacken. Denn ich gehe davon aus, dass viele Leute dieses Ladegerät haben werden, die dafür in Frage kommen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, sagen wir es mal so. Und deswegen halte ich das für eine bessere Idee, da wirklich Gadgets reinzupacken und das Ladegerät. Und wer es unbedingt dann noch braucht, der kann es sich dann kaufen. So, mehr gibt es heute nicht dazu zum Thema. Dann, oh, der Jens Dinglein kommt wieder bald on the job. Ja, es sind zwei on the jobs in Planung. Einmal werde ich mir eine Miet- und Servicestation von Zeppelin Rental anschauen. Und dann werde ich auf der Stein Expo sein und werde die Jungs begleiten, wie die mit ihrem Equipment so ein bisschen diese Riesenmesse so ein bisschen supporten. Und Stein Expo für alle, die aus dem Bereich kommen, die kennen das natürlich. Das ist so, ja, wenn nicht so gar die Größe oder eine der größten Messen, zumindest sicherlich in Europa, für den Steinbruchgewinnungsbetrieb. Also so große, relativ große Bagger. Also Muldenkipper siehst du so ungefähr bis 100 Tonnen Klasse. Bagger, ja, das glaube ich auch so bis 150, 100 Tonnen habe ich da schon gesehen. Und es ist in einem realen Steinbruch, der auch in Betrieb ist. Also für den Raum, der Zeitraum der Messe ist da natürlich jetzt nicht Betrieb, da wo die Leute rumlaufen. Aber der ist aktiv. Wir sind vor Ort. Und wenn ihr euch einfach interessiert für das Thema Baumaschinen, Bau und so weiter, empfehle ich euch dringendst mal nach Niederoffleiden, in Hessen ist das, zu fahren, zu Stein Expo und euch das einfach mal einen Tag zu geben. Also wie gesagt, selbst wenn ihr da kein Draht mit der Baumaschinenindustrie oder so habt, es ist auf jeden Fall ein Event. Vielleicht nicht den Sonntag, weil das denken sich nämlich dann auch viele Familien und dann hast du wirklich Highlife da auf der Messe. Aber da ist wirklich Action. Also du siehst nicht die Maschinen, wie sie einfach da auf dem Messestand stehen, sondern da ist, jala, richtig. So, und dann On The Job genau. Und On The Job ist etwas wenig geworden, aber es liegt ja auch am Kooperationspartner. Wenn der keine Projekte für uns hat, dann können wir auch nicht rausfahren. Aber ich bin da dran. Ich habe auch noch so ein Projekt, was relativ groß ist, so rückbaumäßig. Aber mehr sage ich noch nicht, weil ich lobe den Tag nicht vor dem Abend. So, wann testet ihr mal wieder Maffelmaschinen? Tatsächlich warte ich auf die Oberfräse. Die Oberfräse ist sehr, sehr geil. Die habe ich euch auf der, was war das? Liegner, glaube ich, gezeigt. Ich glaube, Liegner. Ja. So. Dann der Akkuschrauber, ob der beim Scholzkopf-Festival zu kaufen sein wird. Ich schaue, dass wir da Ware hinbekommen. Ich kann es nicht versprechen, aber sollte, glaube ich, nichts dagegen sprechen. Und der Akkuschrauber klingt nach Tim-Taylor-Style. More Power. Tatsächlich. Ja. Ja. Also ich sehe mich in diesem Produkt wirklich verwirklicht. Sagen wir es mal so. So, dann habe ich die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen, nämlich, ich war ja bei HBM, diese Shopping-Tour und wir verlosen ja in dieser News einen 500-Euro-Gutschein. Wir verlosen aber aufgrund der letzten News noch einen 500-Euro-Gutschein. Das heißt, zwei 500er-Gutscheine für HBM und was mich freut, erstmal, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber HBM hat Feedback gegeben. Und das finde ich immer sehr schön, wenn die Kooperationspartner dann auch mal ehrliches Feedback geben und sagen, okay, wir sind begeistert. Hier brennt die Bude. Und das war in dem Fall so. Und ich kriege Nachrichten auf Insta, wo mir Follower Bilder schicken, wie sie vor HBM stehen. Gestern noch passiert. Also Leute, ihr fahrt wirklich aus Deutschland dahin. Und das ist auch eine geile Nummer. Oder, es haben auch welche geschrieben, sie haben ihren Urlaub irgendwo da in der Region jetzt geplant, damit sie da mal einen Tagesausflug machen. Ja, ist doch schön. Wie gesagt, die Jungs und Mädels sind sehr zufrieden und wir überlegen, was wir nochmal so irgendwie zusammen machen können. Mal gucken. Auf jeden Fall erstmal gute Gaben von der HBM. Zwei 500er-Gutscheine. Dann, die Bosch-Jungs haben auch gegönnt. Und zwar drei von diesen Kisten hier. Plus. Guck mal, so. Ich wusste es. Ich habe mir noch gedacht, nimm nicht das Handy. Nimm nicht die Tasche weg. Da ist das Handy angelehnt. Professioneller Handyhalter. Also hier, FC90 mit dem guten SDS-Aufsatz. Den gibt es dreimal. Also auch da zuschauen lohnt sich. Ja, was habe ich hier noch? Akkuschrauberhalter. Ich weiß nicht, ob noch welche auf Lager sind. Sonst guckt mal im Shop. Ich kriege sehr schöne Feedbacks da drauf. Die Leute schreiben auch, naja, ist natürlich jetzt kein Mitnahmeartikel. Aber hat keiner gesagt, ist der Preis nicht wert. Leute, die sich auskennen, sagen auch, der ist eigentlich zu billig. So, dann dieses Radio habe ich hier stehen. Denn ich habe da was mit vor, was wehtun wird. Thema Baustellenradio. Haben wir auch schon mal gemacht. Und ich habe mir, ich habe so ein paar Ideen in meinem Kopf, die ganz gut funktionieren mit dem, was uns nächste Woche hier, wie sagt man, erwartet. Denn nächste Woche oder ab nächste Woche habe ich den neuen Ford Ranger Wildtrak. Das ist wirklich relativ baugleich mit dem Amarok. Den Amarok habe ich euch ja schon in Südafrika vorgestellt. Da wurde der Weltpresse vorgestellt. Dann bin ich ja nach Südafrika geflogen. Bin dann dreimal im Kreis gefahren. In großen Kreisen. Und habe euch das Auto gezeigt. Und der Amarok ist sehr, sehr viel Ford Ranger. Sagen wir es mal so. Der Ford Ranger ist eigentlich das Urmodell. Selbst die Motoren bei VW sind Ford Motoren. Und ich bin gespannt, wie mir der Wildtrak gefällt. Aber mit so einem Pickup und so einem Radio könnte man auch so ein paar Sachen machen. Dann, ich gehe jetzt mal gar nicht so viel auf die Kommentare, weil sonst uffelt es aus. Gab es schon ein Wort zu Westfalia oder kommt das noch irgendwann? Ich weiß nicht, hattest du den Kommentar eingeblendet? Nee, der fragt um das Thema schon da, oder? Wie das Thema? Ob du schon durchfälligst? Ja, ja, ja. Also Westfalia hat sich geäußert. Auch professionell. Weil es haben ja, wie gesagt, Verweis auf den Titel. Es haben mir Leute auch geschrieben. Ja, viel Spaß mit der Klage von Westfalia. Das ist Rufschädigung. Bla, 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 bla. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich jetzt nicht unbedarft bin, was so die juristische Seite. Und ich mich natürlich auch informiert habe und da jetzt nicht irgendwie Rufschädigung und so weiter. Dann haben Leute geschrieben, ja, das ist ja Clickbait von wegen, ja, extra Westfalia im Titel. Ja, Leute, aber das wird gesucht, ne? Also, wir wollen ja auch, dass das Video geguckt wird. Und Leute schrieben auch, ja, die Kupplung ist ja gar nicht abgerissen. Weil die ist ja nicht, also dieser Kugelkopf, das ist ja nicht abgerissen, sondern hat sich ja gelöst. Das wäre ja ganz falsch und irreführend. Leute, das ist ja Wortklauberei. Ich meine, wenn euch ein Knopf an der Hose abreißt, wie oft ist der Knopf abgerissen? Oder einfach nur der Faden gerissen, ne? Der Knopf ist ab, Kupplung ist ab. Ergebnis ist relativ, ja, beide Male vielleicht unangenehm. Auf der einen Seite stehst du ohne Hose da, auf der anderen Seite ohne Wohnwagen. Ja, Wohnwagen-Update übrigens nochmal. Ich habe ja die Autarkie-Anlage, habe ich ja nochmal geupgradet, da gibt es ja auch ein Video dazu. Die ganzen Module von Active, die Akkus habe ich von Active, das war ja die Kooperation, haben wir euch auch schon mal gezeigt. Und der Rest ist von Victron und das Ding ballert. Wenn ich in der Sonne stehe, kriege ich 1,5 kW netto in die Batterien. 1,5 kW auf dem Wohnwagen. Und die Klimaanlage zieht mit Wandlungsverlusten ungefähr so 900, 940 Watt. Das heißt, Klima läuft, Sonne ist da, Akku wird sogar noch geladen. Ja, haben alle gesagt, geht nicht, aber geht nicht. Dann wird es ja erstmal interessant. So, dann noch zum Thema hier, was mir gerade einfällt, hier Prüfstände, Drehmoment. Ich hatte euch ja mal das Thema mit dem neuen oder erweiterten Drehmomentprüfstand auch schon mal gezeigt. Da sind wir ja dran. Uns hat aber leider der Kollege im Stich gelassen, der das Ding da programmieren wollte. Das heißt, jetzt sitze ich da so ein bisschen nicht auf dem Trocknen. Ich habe einen Kollegen, der das auch mit mir weiterentwickeln will, aber auch da ist wieder Kapazität. Das ist ja alles so nebenher, als Labor of Love so ein bisschen. Und das kostet ein Schweinemoos, weil allein dieser Prüfstand hat mich bislang schon, weiß ich, 12.000 Euro oder so gekostet. Nur für die ganzen Komponenten. Aber von daher, das ist hier auf der Agenda. Ich kann euch nur nicht sagen, wann das Ding dann in den Einsatz geht. Bis dahin Akkuschrauber. Ich habe die neue Festool-Generation. Ich habe schon die neue CapEx oder nicht mehr so neu, aber die CapEx 60. Die 60er mit Akku habe ich abgedreht mit Ausdauer und so. Da kommt demnächst was. Ja, so. Habe ich noch was vergessen? Wollen wir mal verlosen? Wollen wir? Los geht's. So, erstmal EcoFlow PowerStream steht hier auf meiner Liste. Der PowerStream ist das Balkonkraftwerk von EcoFlow. Im Rahmen unserer EcoFlow Kooperation haben wir mehrere Videos gemacht. Und dieses Video ist sehr interessant, weil es ist ein Expert Talk, der nicht nur über das Balkonkraftwerk, dieses PowerStream geht, sondern ich hatte den Marc dabei. Der hat nämlich mit EcoFlow dieses Teil entwickelt. Ist ein absoluter MacGyver, was dieses ganze Thema PV und so anbelangt. Und das stößt ja auch momentan auf ziemliches Interesse. Jeder macht irgendwas mit Balkonkraftwerk. Ich habe damals aber schon gesagt, ich habe schon, glaube ich, vor 10 oder 12 Jahren angefangen. Autarkanlagen mit Bleigel, Panzer, Plattenbatterie und so weiter. Für mich ist das Thema eigentlich total, ja, also ich mache das schon jahrelang. Aber diese PowerStream habe ich euch neulich auf Insta auch gezeigt. So ein Update, das ich nochmal mit der Delta Pro zwei Panels dran gemacht habe, extern. Und so läuft das Ding bei uns. Das Teil ist wirklich geil. Ich hätte ursprünglich, als ich davon erfahren habe, gedacht, das wäre viel teurer. Es ist aber, ja, keine 300 Euro, weil ja die Umsatzsteuer auch gerade wegfällt. Und ihr müsst mal in der Beschreibung gucken. Ihr kriegt noch natürlich hier einen Bauform, 24 Rabatt, 5 Prozent. Rabattcode ist in der Beschreibung. Und ich hatte auf Insta auch Fragen, ob das lohnt, ob ich das empfehlen kann. Und ich hatte am Anfang, kann man schon fast sagen, bei EcoFlow ist das öfter so, dass die Firmen am Anfang so ein bisschen, naja, also die hauen aus meiner Sicht manchmal einen Monat zu früh raus, wollen aber dann, ne, so ein bisschen Banana-Wear, will ich jetzt nicht sagen. Aber die liefern dann auch mit Firmware-Updates. Ich habe das zum Beispiel bei einem Blade, auch da, diesen Rasenmäher-Roboter. Das Ding hat am Anfang echt fast täglich Firmware-Updates bekommen. Und das funktioniert mittlerweile wirklich sehr gut. Also es funktionierte vorher schon. Da gab es aber so ein paar Sachen, zum Beispiel als die Hecke dann größer geworden ist, dann hat er irgendwie zu viel Abstand gehalten. Und irgendwie zwei Tage später gab es Firmware-Update und da war das Ding tadellos. Also die kümmern sich und beim Power-Stream haben wir mittlerweile, glaube ich, die dritte Firmware. Die hatte am Anfang zum Beispiel so, dass wenn morgens der Sonnenstand war, dann brauchte die bestimmte Voltzahl, bestimmte Spannung, dann fing die nicht an zu laden. Das ist gefixt. Was jetzt aus meiner Sicht noch gefixt werden müsste, ist, wenn du nämlich eine Delta Pro hast oder eine andere Power-Station und du machst an der Power-Station auch nochmal Solar. Das heißt, die Power-Stream kann ja jetzt 600 Watt, dann demnächst 800 Watt. Du hast aber 800 Watt-Paneele sowieso dran. Und dann könntest du über die Delta Pro zum Beispiel auch nochmal 1,6 kW in die Powerbank direkt. Und die Power-Stream, die distributiert das Ganze dann. Das geht so halb, weil der Power-Stream lädt dann die Delta Pro nicht mehr. Das heißt, die Delta Pro sagt, okay, entweder werde ich über den Solareingang geladen oder über den Gleichstromeingang. Beides geht nicht. Was ein bisschen schade ist, einige Leute haben das auch schon im Netz so kolportiert, dass das so die tolle Lösung wäre mit Balkonkraftwerk, damit 2,4 kW oder so. Das ist nicht so ganz richtig. Wie gesagt, ihr habt da so ein bisschen Einschränkungen, weil dann die Power-Stream den Akku nicht mehr lädt. Vielleicht gibt es da ein Firmware-Update. Ich hoffe mal drauf. Ansonsten unsere Power-Ocean habe ich euch auch schon gezeigt. Die läuft auch sehr gut mittlerweile. Am Anfang gab es auch Firmware-Probleme, aber ich habe auch gesagt, das war oder ist noch ein Prototyp. Ich glaube so ab September. August, September soll die verfügbar sein. So, und EcoFlow hat nichts spendiert in diesem Video, aber ich habe hier Kniebretter verlost und zwar ein, zwei, drei Stück. Die kommen auch super an. Tatsächlich, ich glaube, meine Info ist, dass die Dinger für die, haben wir hier stehen? Genau, dass diese Variation für den Vera Toolcheck, also mit diesem Vera Toolcheck Fass, Fach, Fach, Fass, Freutsche oder was, dass die ausverkauft ist. Aber diese haben wir noch. Und die sind auch sehr smart. Und was mich wundert, ist, dass viele Leute Dreierpacks bestellen. Ja, wie gesagt, hast ein Kniebrett, hast ein Kniebrett, kannst du immer gebrauchen. Ich habe neulich auch irgendeinen YouTuber gesehen, der hatte das im Einsatz. Ja. Und diesen YouTuber habe ich durch Zufall auf der Autobahn getroffen, auf der Rückfahrt von Italien. Zufälle gibt es. Grüße gehen raus an den Sascha. So, die Kniebretter haben einmal, jetzt geht's los, YouTuber Diane Smokewolke, sehr schöner Name. Dann weiteres Kniebrett geht an JackenBG6819. Dann weiteres Kniebrett geht an den User, wie heißt der? VX. Ja, okay. Er weiß, wer gemeint ist. Wie immer, meldet euch, steht alles unten in der Beschreibung, meldet euch an die Redaktion, dann klären wir das, wie das zu euch kommt. Dann hatten wir die HBM Shopping Tour. Wie gesagt, lustiges Video. Und es war wirklich live. Ich wurde auch da nochmal gefragt, so irgendwie, ich weiß nicht, in den Kommentaren oder so, ja, war das da wirklich oder war das abgesprochen? Nein, das war wirklich. Die haben gesagt, hier, du kannst einkaufen, was du willst. Und ich dachte, ja, ich kann ja jetzt nicht alles einkaufen. Und dann stand ich nachher tatsächlich vor dem Einkaufskorb oder vor dem Regal. Boah, das ist jetzt aber teuer. Sollst du das jetzt in den Einkaufskorb packen? Naja. Lustige Sache, würde ich gerne nochmal machen. 500 Euro Einkaufsgutschein. Geht an den Namensvetter. André Bolat. Genau. Ist wie immer eingeblendet. So, dann, das teuerste Akkuschrauberzubehör hatten wir in den News. Da ging es hier um unseren schönen, prächtigen, geschmeidigen Edelstahlbrocken. Kannst du wahrscheinlich auch irgendwie, was weiß ich, also jemand hat, glaube ich, geschrieben, ein netter Kommentar, irgendwann in 15.000 Jahren werden Archäologen das Ding ausgraben und sich fragen, was ist es. Das Ding überlebt auf jeden Fall die nächste Apokalypse. In dem Video hatten wir einmal einen Bosch GSR 12V verlost, unseren Klassiker, den wir mittlerweile, glaube ich, irgendwie, ich glaube, wenn ich den bei Amazon anwähle, 120 Mal gekauft oder so. Also, Grüße gehen raus an Bosch. Dann den HBM-Gutschein. Den nächsten. Nee, das ist bei HBM, dann ist es der 12V15. Genau, der 12V15 ist, ähm. Ihr Master. Da drüber war ja der André Bolat, hat ja den 5W-Gutschein. Ja, und dann kommt live, teuerstes Akkuschrauberzubehör, der Gutschein kommt später. Genau, den verlosen wir heute. Ja, den 12V, ja, den anderen auch, den Gutschein auch. Also, der bei mir steht, ich, äh. Ja, ich hab, da sollte eigentlich der 12V15 stehen jetzt, bei dem HBM-Gutschein. Achso, jetzt ist es anders. Genau. Wir haben es ja, das ist jetzt quasi Teil der Verlosung, dass wir hier dann nochmal gelost haben. Losen wir nochmal. Wir losen nochmal. Also, äh, den Akkuschrauber, der geht an Triple T... Hier steht ein drüber, ein drüber. Hä? Bei mir steht... Nee, nee. Hier steht... Die Liste war von dir, ne? Ja, ja. So, da steht Bosch 12V. Und danach steht Triple. Ja, okay. So, einigen wir uns drauf. Es ist doch alles schön, wenn wir uns zumindest einig sind. So, und dann ist Tusch, haben wir einen Tusch. Jetzt kommt nämlich wieder der 500-Euro-Gutschein. Und, ähm, Leute haben tatsächlich auch gefragt, sag mal, André, was du da in deinen zwei Einkaufswagen da hattest, wie teuer war das ungefähr? Ich glaube, das war keine 500 Euro. Irgendwie. Okay, ich hatte noch diese Maschinen, äh, die ich dann noch online bestellt hab. Da waren wir dann über 500 Euro, klar. Aber die beiden Einkaufskörbe waren, glaub ich, keine 500, 490 oder 470 Euro. So, dann, ähm, den Gutschein. Der geht raus an den Earmaster 55. Und den Avatar hab ich schon öfter gesehen. Kann sogar sein, also, äh, regelmäßiger, treuer, äh, Zuschauer. Vielleicht hat er schon mal gewonnen. Dann sei es ihm gegönnt. Ähm, so. Übrigens, wir machen das mit einem Zufallsgenerator. Da haben wir so ein Tool. Da gehst du dann, zack, und dann wird da einer ausgeschmissen. Und, äh, lediglich, wenn wir dann sehen, dass, ähm, da gar nichts steht, bis auf ein Hashtag. Dann, dann landet der in der Tonne. Weil es heißt ja, was sollt ihr tun? Schreibt mal eure Meinung, bla 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 bla, und postet nicht mal ein Hashtag. Ähm, so, dann. Mysteryboxen. Ähm, das ist ja eine Serie geworden, die es so ein bisschen ausgerufert. Ich wollte eigentlich zwei, drei Sachen machen. Und, äh, mittlerweile haben wir, ich glaub, vor zwei Wochen, hat sich nämlich so pro Markt an uns, ähm, gewendet. Haben ja angerufen. Und haben gesagt, ey, Leute, ähm, bei uns brennt die Hütte. Ja. Vielleicht komm ich da mal vorbei, bei den Kollegen. Und guck mal, ob ich denen noch nicht helfen kann, noch ein paar Paletten irgendwie raus zu karren. So, ähm, also, Vihar zum Kilo-Preis hat gewonnen, der Axel Urbanski. Ja. VIA-Box auch, krasse Sache. Wir waren, glaub ich, bei 650 oder 800 Euro für eine Box, wo wir bezahlt haben. Was haben wir bezahlt? Ich weiß doch alles nicht mehr. 50 Euro, 60 Euro? Ja. Also, das war echt der Hammer. So, dann die nächste Mysterybox. Da ging es auf 50 Teile. Da hat der Benedikt Schmidt abgesahnt. Und, äh, ich hab gar nicht gesagt, was es gibt. Es gibt, äh, beim, ähm, beim VIA-Set gibt's auch einen VIA-Schraubendreher und Bit-Set. Dann, äh, bei der Mysterybox, 50 Teile, gibt's ein Felo-Set. Steht ja immer unten drunter. So, und dann, äh, smarte Werkzeuge. Folge, äh, Werkzeug-News 260. Da hab ich ein smartes Werkzeug, äh, verlost, nämlich diese VIA-Tree-Cut-Instationszange. Äh, Seitenschneider. Du kannst hier, ähm, Ader mit abisolieren. Du kannst entmanteln. Ähm, ganz cooles Werkzeug. Ich würde manchmal mir wünschen, dass die mehr so, ein bisschen mehr Panschette oder ein bisschen mehr Schnitt im wahrsten Sinne des Wortes wie bei diesen Jokari-Dingern oder so. Man muss teilweise so noch mal ein bisschen mehr drehen. Aber, finde ich gut. Was ich momentan auch gut finde, ich hab's aber nicht hier. Nee, ich hab's in der Elektrokiste. Äh, von Wicont. Nämlich Thema Solar. Ich hab ja letzte Zeit auch viel Solarmodule installiert, Solarkabel gekrimmt und so weiter, konfektioniert. Und dann brauchst du, äh, ein abisolierwerkzeug, ein schönes, wenn es gut haben willst. Und mit diesen normalen Dingern, wie zum Beispiel hier, ist eigentlich auch ein cooles Ding, aber mit, äh, Solarkabel kannst du vergessen. So, ich nehm die Liste mal wieder raus. Ähm, da kannst du das vergessen. Und bei den meisten normalen abisoliertzangen, selbst wenn die mit 16 Quadrat angegeben wird, nicht so geil. Da gibt's von Vicon die Solar, boah, 10 oder was weiß ich, 7 oder, hab ich euch schon mal gezeigt. Es gibt aber von Vicon auch noch quasi so ein Teil, wie so ein Kabelstripper. Äh, zeig ich euch demnächst. So, aber es gibt die Treecut, und die geht an den... P... 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 Diddy. 43-18. So, ähm, ja, und wir, wie gesagt, sehr interessant. Ich war in der Fertigung und so, hab mir das alles angeguckt. Ein, äh, lustiger Aha-Moment, hatte ich, den aber sonst keiner hatte irgendwie. Das, äh, das, äh, ist wahrscheinlich meinem, äh, fortgeschrittenen Alter, ähm, geschuldet, dass ich in diesem Monat auch, äh, wieder so ein Klick über die, die Ratsche gemacht hat. Ähm, und zwar, äh, äh, alte Hasen unter euch, hatten vielleicht mal einen Star-Drucker, einen Nadel-Drucker. Und ich weiß noch, ich hab, äh, äh, als ich 14 war, glaube ich, ähm, hab ich die Sommerferien komplett, äh, irgendwo gearbeitet, hab mir Geld verdient, um mir einen Star-LC2410-Nadel-Drucker, was damals der heißeste Scheißer, ein 24-Nadel-Drucker. Ähm, ja. Und der war von Star. Und dann laufe ich da durch diese Fertigung und sehe dieses Star-Logo, was ich seit 30 Jahren wahrscheinlich nie mehr gesehen hab irgendwo, und denke, ja, das sieht aus wie die, das war auf meinem Drucker. Und dann hab ich über gefragt, sind das die Stars da, die die Drucker machen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, bla bla bla. Und zwar hatten die so lange Drehbänke oder langen Drehbänke. Damit drehen die quasi die, die Bits und sowas, alles aus so Stangen, ähm, CNC-gesteuert, alles automatisch. Und das sind tatsächlich die Leute, die die Drucker bauen oder gebaut haben. Japaner. So, ähm, kleines Wissen, was keiner braucht. So, weiter geht's mit, mir fehlt der Assistent, ne? Aber Ronaldo, grüße gehen raus, er ist ja im Chat, macht grad noch Eierschaukeln in Kroatien. Ähm, so, äh, dann, Bosch Expert Talk. Jetzt wird's nur nochmal interessant, weil das lohnt sich natürlich auch. in der Box sind Handwerkzeuge drin, der komplette FC, als komplettes Set mit Akkus, mit Ladegerät. Ich weiß nicht, ich würde mal so um den Daumen schlagen. 700, 800 Euro reden wir wahrscheinlich. So, ja. Selbstverständlich von uns auch gerne noch handsigniert. Übrigens, das gilt immer, weil viele fragen dann, ah, könnte ich irgendwie ein Autogramm da drauf haben? Ja, klar. Also, ne? Wenn ihr das wollt, schreibt einfach dazu, dann signieren wir das. Das gleiche geht natürlich auch für die Shirts und, wie gesagt, für die Shirts 20% Rabatt. Auch inklusive der Signatur. Ähm, so, und jetzt die Bosch Geschichte. Ähm, geht der erste, das erste Set an den Tim Klink. Äh, genau. Tim sagt nochmal, Absaugbauer sind was Feines. Fand ich krass, dass die doch relativ unbekannt noch sind. Zumindest aus den, äh, Kommentaren hervorgehen. So, dann, äh, der nächste, das nächste Bosch Set geht an den Konstantin. Und, ähm, der hat vor zwei Wochen gepostet. Deswegen gibt's auch nicht mehr Auflösung, weil wir machen ja immer zwei Wochen Frist nach Sendung. Ne? So, und das dritte Set geht an den Outdoor Bastler. Der kann dann also auf jeden Fall, äh, Outdoor auch ein bisschen basteln. Ja, Kommentare werde ich mir dann, Kommentare werde ich mir dann, äh, später durch, äh, durch, äh, laden. Einer schreibt auch gerade Clickbait, Clickbait. Ähm, Ähm, tja, die, äh, die, äh, die, 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 äh, Definition von Clickbait ist ja immer so, erst mal haben wir ja das als Frage in den Raum gestellt, um dieses Thema aufzunehmen, was ja auch wirklich so passierte. Es ist ja kein Bullshit-Clickbait. Ähm, Und letztendlich, wenn du auf diese, auf diese Überschrift da klickst, ja, du kannst ja auch wieder wegklicken, ne? Ähm, denn wir sind nicht verklagt worden. Westfalia ist mit uns in den Dialog getreten. In diesem Sinne, äh, wir könnten ja noch was verlosen. Und beim letzten Mal habe ich ja tatsächlich auch live mir gar keine Gedanken gemacht. Aber, was immer geht, ist ja zum Beispiel so ein schöner... Was war denn mit dem Ding hinter dir? Was wir ausgepackt haben? Ach ja. Ach, das ist schön, schön, dass du doch mal... Ja, wir haben nämlich, äh, ein schönes, äh, Giveaway noch von, äh, Echo Flow. Unsere, ähm, Freunde aus China. Ähm, und zwar ist das hier die Michael-Truppe Gedächtnis-Powerbank. Denn erinnert euch den legendären Livestream mit dem Truppe, der, äh, mir das Ding hier irgendwie auseinandernehmen wollte und dann leider aufgegeben hat. Aber seitdem haben wir hier diese schöne Macke drin. Also nicht in dem. Der ist nagelneu, haben wir gerade ausgepackt. Eine Powerbank, äh, ist auch verlinkt mit allen Features und Specs und, äh, kann eigentlich jeder gebrauchen. Denke ich mal. Ne? Macht Spaß. Ist noch schön handlich. Äh, macht Sinn. Macht Spaß. Die gibt's. Und zwar unter dem Hashtag Pa. Wir machen einfach mal Hashtag, äh, Drehmoment. Hashtag Drehmoment und ihr sollt einfach mal eure Fragen zu Drehmoment schlüsseln. Also wirklich, was habt ihr für Fragen oder habt ihr mal, äh, auch vielleicht Erlebnisse, dass zum Beispiel ihr so einen Schlüssel hattet und dann hat er nicht ausgelöst, weil ihr den vielleicht falsch eingestellt hattet und dann war der schöne Carbon Lenker Fratze oder, oder, oder. Da gibt's ja viel. Das ist übrigens auch ein smartes Werkzeug. Ein, äh, Slipper. Ein durchrutschender Drehmomentschlüssel. Ist relativ, äh, nicht so verbreitet. Auch das werde ich, äh, mal erklären. Und ich werde euch auch in einem Special verraten, wer überhaupt den ersten Drehmomentschlüssel erfunden hat. Und was Chrysler mit Drehmoment zu tun hat. Nicht im Motorensinne. In diesem Sinne, haut rein in die Tasten, haut rein in den Shop, ist alles unten verlinkt. In diesem Sinne, tschüss und bis dann. Wir sehen uns nächste Woche.